Hallo Leute, wir sind auf der Fall und Pläne zu tun, ja ich bin definitiv kein Missgestalter, what the fuck war das, ey? Aber ja, wir beginnen sofort wieder mit dem Minispiel, wir sind ja letztmal ein wenig vorangekommen, heute machen wir ja das, was wollen wir noch einmal? Ah, stimmt, wir wollen ja zum Botanik und Bekole Twist halt machen, nix mal werden wir wahrscheinlich Spurgepackt hier und voller Kraft voraus machen, dann sind wir fertig mit dem Minispiel und dann fangen wir an mit den Rätsel, wo ich erst neulich, hier, mir das erste Ding gekauft habe, nämlich, und hier, ich seh jetzt, ich hab's drauf, und das erste Level kann man ja schon direkt spielen, da muss man nicht die 150.000 ausgeben, aber jetzt habe ich auch eigentlich mal die andere, und es sieht noch sehr viel aus, auf jeden Fall, ja, wir haben auch noch 100.000 und hier 150.000 oder so, es kommt noch sehr viel aus aus uns, tschüss. Ja, mein Hals ist komplett am Arsch wieder, muss los. Also, ich hab eher Bock jetzt auf Bekole mit Twist und dann machen wir zum Botanik 2, weil zum Botanik, ich weiß, das wird schrecklich. Was auch noch schrecklich ist, ich Idiot, hab wieder den Tony angemacht vom Spiel. Ah, meine Stimme. Los geht's. Digi, was? Ah, Spammen! Irgendwie geht das auch so. Oh, ja, mein, kein Zug mehr möglich. Ja, mein, muss los. Ja, mein, muss los. Mann, äh, okay. Ja, was habe ich hier, eine Störung, Alter. Ja, ich bin komplett gestört, Alter. Nein, geht nicht. Äh, ja, Metall Aero, ne? Scheiße. Äh, nee, nee, nee. Ja, was soll ich da machen? Ja, mein, als ob das geht, ja, mein. Ich spame einfach, ne? Das müsste ja funktionieren. Ja, das scheint halt ehrlich zu funktionieren, ja, mein. Ich hab die ultimative Taktik. Oh, Jesus. Ich hab komplette Störung, hier, oder? Das funktioniert halt ehrlich, ja, mein. Okay, dann spame ich hier einfach, bis ich hier alles habe, ne? Bruder muss los. Das wird jetzt grandios. Ich bin der ultimative Magier. Es funktioniert halt ehrlich. Das ist lächerlich, ja. Ich hab natürlich nichts dagegen, aber, eyla. Als verdammt normaler OP. Ich hab' nur so viel irrer hier draufklicken, ey. Und es funktioniert halt. Ja, moin. Ja, moin. Ähm, was ist das? Was ist die? Ah, shit, ey. Tschüss. Äh, äh, äh. Jesus Christ. Ähm. Sperben! Scheiße! Irgendwo hier? Nein? Nein? Oder? Jesus Christ, ey! Jesus Christ, ey! Wo geht's ganz normal? AHHHHH! Jesus, ich weiß nicht ganz formuliert, was funktioniert. Es funktioniert gar nichts! Oh, sehr gut. So, für zu dem Thema... Ich hab nichts gesagt. Hm, ach so. Äh, dann hier, bam, und dann... Ich hab keine Ahnung. Nein, nein, das geht auch nicht. Nein, genau nicht. Scheiße, was ist passiert? Was? Ah, das hat funktioniert. Das hat auch funktioniert. Das hat auch irgendwie funktioniert. Das hat auch irgendwie funktioniert. Du, Gott, so fliegt noch ein. Hm, ich verrück mich, wo wir das jetzt nicht tun können. Ich bin so richtig, Digga. Messet. Oh, na, geht auch. Das genießt Scheiße. Äh, pfff, boah, da geht's mir auch freuen. eh, 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 ehm. Ah, eh, eh, ehm. Mh! Jesus. Okay, wieder auch nicht, nein. Da geht jetzt was. Tschüss. Okay, das geht auch... Das geht nicht, weil ich schon ein Misset bin. was das wird wieder im sinne das hat irgendwie funktioniert das verkaufen keine zu nein die ihnen liegen die boss diese was geht hier noch das geht nicht weil ich eine messe mit jesus gar nicht ultimative taktik hat funktioniert oder muss los oder muss ultimative um dieses kreis jetzt geht er auch nicht los hier oder muss doch wir haben es gleich die mativa gestörter spaß die am start aber so richtig ihr habt es geschafft meister nicht so das war ein error ende so das wird ja richtig schön da werden wir definitiv nicht verkacken schau es mal nehmen so komm ich nehme mal das damit ich habe darauf gedrückt wir haben sehr viel verteidigung gegen diese spaßtis äh bam bam ha jesus christ äh gott jetzt tut es mir da alles wieder so äh nehm ich noch diesen mungo diesen mungo diesen mungo diesen mungo diesen mungo diesen mungo und diesen mungo mungo joo stimme am verkacken so wie immer hey setz die scheiß mungo äh 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 ja mein weil sie wird nicht er für mich hittig so oder das erste schützt nur sitzen schon um die die schien sich halt bin Ich bin... Ich bin... Jesus Christ... Alter... Das ist einfach wirklich mal... So... Dann ist mir die erste Verteidigung... Direkt bitte... Butter... Nein... Danke... Aua... Tat nicht weh... Körper... Boah... Ich brauch so viele Sonnenblumen... Okay... Wurde gebuttert... Interessante Name... Wurde gebuttert... Naja... Wurde gebuttert... Tschüss... Na ja, ich schaute dich... Klymer... Nein... Wenn du die... Ich hab' die... Die noch nicht vorherhen... Die wir in die Fremdung nicht... Die... Die das schon mal... Woder... Oua... Wais du... Oh nein... Was soll ich denn... Du... Komplett... Wolle ich... Mh, niss. Das war jetzt ganz schnell nach oben, ne? Noch alles bekommen hier, also... Alter, steh! Ja, mein, da schalt einmal, ich mach mal kurz Pause. Okay, warte, bin wieder da. Oder kurz unterbräuchen halt, wie man gehört hat, vielleicht, ne? Und ja, los geht's, ne? Wir müssen wieder in den Horror hier reinsteigen. So, warte, ich will noch schnell so, ne? Meine Stimme ist doch komplett! Was ist da los? So, okay, das war dumm. Das war komplett, du meinst, das gebe ich selbst zu. Geblockt! Aha, passt! So, äh, jetzt noch ganz schnell im Wasser schon mal mich vorbereiten auf die Katastrophe. Ah, da geht's gleich ordentlich, so. So, okay, das war einfach... Warum mach ich diesen Scheißwitz über, da verbaut mich doch an. Ne, habt ihr euch mal gemacht. Scheiße! So. C determine... Wie ist so man ein bisschen was auch ein schutzschicht setzen wird wer gerade schlaue Sachsen kommt Tränen auf die Schnauze so Bruder muss los wo ein Prozent Bruder muss los wir sind und von kleinen Schüchtern halt heißt er ist Urschluss-Roschus umgekehrt ist Brechtleiter von Anwander und er hat geschienen aber das Urlaub und den Traumern beraten und an der Brieche umgesetzt wer das große ich fühlte ich fühlte in Höhe so wo Motio auch Pief Jesus Christ Prozent das scheint sich nicht so schwer zu holen Prozent Prozent sie Prozent jetzt geht's los und jungen um los so ist noch geschehen Junge ist ja komplett aggressiv ey das Oma hat ausgehalten diese 10. Ausschüsse willst du mich verarschen ist ja komplett übertrieben also es hält nicht mehr so viel aus Aua meine Stimme so so komm ich ersetzen mal für Anfang dieses Sätze dann mach ich so und so und jetzt stoppt sich alter du hörst schon dröser oi Junge so richtiger Zwischenplatz Alter der ist aggressiv der Junge der oben ey der ist aggressiv da kommt eine harte Nuss ins Wasser versteht ihr weil Nuss auf dem Kopf ok ich halte meinen Maul ey ich halte schon meinen Maul ich hab schon so lange auf die Gegner jetzt gewartet extra wegen diesem scheiß Witz ey oh ich bin so unlustig aber das macht grad etwas im Jahr aus oh man oh man noch eine zweite Arten muss ich sehr aber scheiß jetzt sagst du sie mit Scheiben als normaler Mensch diese so zum Wiener zu die Eimer zum die Halt von denen mir schon mal bei der Kruppf also ich glaube für die ist ziemlich schwer hier durchzubrechen so schnell wie die gestoppt werden ja hohe schieb ich habe es aber mal eine rasenmeer noch zu fügen als start das würde viel ansteigender zu werden also mich noch nicht zu früh freuen ich meine haben erst so fast die hälfte mal über die erste mal gerade so fertig also nur nicht zu früh freuen bitte nach und gibt es auch nicht Stress Bruder muss los, jetzt will ich auch nicht bombardier, oder? noch unten fehlt ein großes Schild oh wenn man gab vor einem großen Schild, der OBI ist ja etwas los Jesus der Bruder muss los, ne? tschüss als ob der überlebt das Digi raus so ich bin eigentlich ziemlich gut hier eigentlich ausgerüstert oder ich habe eigentlich ziemlich gut platziert, ja moin muss los aber das ist egal, dass sie diesen Matschke bis zu mir sofort direkt gestoppt werden, ey, das finde ich nicht nein Harald Jesus Christ ich übertreibt ja gar nicht ich habe ich habe noch nur dafür die kleine Schütze hängen gesetzt, damit die sich opfern, sozusagen sagen und dann halt dass die großen halt die größeren Schüsse, also die ganze Zeit die Schütze abwehren können noch dann jungen, nein wir werden noch ein Harald verlieren, nein, doch nicht, doch nicht, wir werden den ab, diese Militär abgewählt Jesus Christ bei mir sind wir am abgewählt wir sind in mir sind Jesus Christ ich übertreib nicht ne sogar, oh shit, oh shit, das ultimativer Psychopath, bringt den um bei uns die nicht ich habe die und da ich habe ich habe noch das podemos es geht wir sind und putter durchschmissen werde nach zeit kleiner spaß die doch nein nein ich doch halt nein 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 mein tag schon bestätigt das kohle ist ja beschießt mich heute noch mehr als die sonne hier habe ich eigentlich auch es wird 202 3 ich glaube es wird seit für die muslos so witzig ja gut das war nicht mein plan jesus christ aber auch nicht so wichtig die jungen der vorliegte gemacht dieser kleiner spaß die ok hier ist schon ganz schnell die große mauer hin da ganz kleine mauer hin oh Junge ich muss mir die Formation und schieße es kohle ist der die er für komplett zu spüren und bitte das Storlo so heilung Polis ich probiere mein Bestes hier alles auch hier abzuwehren ach du heiliges Christus Prozent 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 so mit mir durch da habe ich schon mehr als man immer die Harald die sind einsteig ich auch als auch keine Ahnung man sagt mir nicht so schnell die die den überlebt so ich glaube ich habe wieder meine Pracht sozusagen zurück kommen das brauchen wir nicht mehr oder dieser Sprachstimme so verschwindet tschüss und schützt mit dir und wir haben ziemlich erfolgreiche Folge heute wieder mal und nichts mal wäre höchstwahrscheinlich die ich bin auch endlich abschließen nach was weiß ich wie viel folgen zwischen ich glaube zehn oder fast schon 20 folgen oder so sie mehr mit diesen scheiß mini spielen ähm spielen glaube ich oder irgendwas um die zehn folgen glaube ich nicht 20 ich glaube das ist sogar übertrieben okay nächstes mal Pokobach die da bin ich mal schon sehr gespannt und voller Kraft voraus und ja und dann über die Hälfte der Trophäen schon ja moin und übernächst mal geht es wahrscheinlich an diese scheiß dran und dann über 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 nächstes mal wahrscheinlich stand Prozent hier dran und dann als über 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 die und das so dieses kurst aber ja ich hoffe es hat euch gefallen mir lasst positive Wertungen das die Klaren gefallen hat vergesst kommt dann bei Kritik und Infos das dass das so viel ich verpassen kann wenn ich die Videobeschreibung auch zu zeigen Da geht's noch nichtmates auf,äv, ne? Die Glocke aktiviert und nix verpasst Auf einmal geht's noch nicht. Das Video war mir so froh וא� Tschööööööööööööööööööööös